Was wirst du für ein Sternzeichen eigentlich? Interessierst du dich dafür? Ja, mäßig. Aber ich kenne mich nicht aus. Aber was wäre ich denn? Ich glaube nicht, dass du Widder bist, weil die sind immer crazy. Ich hasse Widder. Nein, ich hasse gar nicht. Ich hoffe nicht, dass du Skorpion bist, Alter. Das wäre scheiße. Oh nein, du bist Skorpion! Chili, komm! Was ist denn mit Skorpion? Also nimm mal an, ich wär's.